Hallöchen und herzlich Willkommen zu Let's Play The Witcher 2 Ich wollte gerade eins sagen, aber wir sind beim zweiten Teil Und zwar bei Folge 8, so als ich weiß, ja, Folge 1 bis 7 Rendern jetzt gerade, müssten gerade bei Folge 4 sein, soweit ich mich recht entsinne Ähm, die Rendern halt gerade, also es kann sein, dass es ab und zu ruckelt Äh, in der letzten Folge ist ja das Spiel wunderbar abgeschmiert Äh, deswegen, äh, ja Ja, dann sind wir wieder hier Hier müssten noch zwei Gegner sein, soweit ich mich Äh, soweit ich mich erinnern kann, sollten hier so zwei Viecher sein, aber die sind gerade nicht da Außer hier hinten, ne, die sind wirklich nicht da, okay Äh, das Ding haben wir schon eingesammelt Wir müssen noch ein Elixier herstellen, aber das mache ich Ich mache das jetzt mal, warte, ich stelle mich hier so auf die Brücke, total gefährlich Und, na, kann ich hier medizieren So, äh, Alchemie So, der Kurs, achso Äh, das da soll ich herstellen Erlesen Ähm, oha, resistent plus Was? 20.000 Prozent, achso Okay Ja, herstellen Äh, hier, Y Akzeptieren So Boah, Schattenbeinwurzel Huch Nein, lang Äh Findest du Schattenbeinwurzel oder kämpfe mit Schala gegen den Kian-Ding da Also, wo finde ich jetzt so ein Schattenbeinwurzel gedöhnt? Äh Mit dem Controller den ganzen Quatsch zu lenken ist scheiße Da geht's nicht weiter, hier geht's runter Äh Das ist wirklich behindert mit dem Controller, dann muss ich ganz ehrlich sagen Ähm, ich möchte noch nicht Ich möchte lieber Tagebuch Das da So Karte Und Ich fühl mich so verarscht von dem Spiel Mit dem Controller ist es wirklich irgendwie Merkwürdig, möchte ich meinen Äh, die ganzen Quatsche zu steuern Ist ja eine PCR-Version Und das sollte man ja nicht mit Controller sonderlich spielen Und das speichert Ist was passiert? Nö Okay Aber ich würd gern Ich würd gern die Quest mit der Elfin da machen Wenn ihr euch noch erinnert, ne, mit der Elfin Aua Achso, hier ist ne Falle Was stand da grad bei Y und ich hab's einfach gedrückt Achso, Falle aufheben, okay Aha, hier ist nur eine Die kann ich nicht entschärfen, aber Und da hinten ist noch eine Die ist schon entschärft Ist wohl nie Aua Stirb Oh, ein großer Zack So nicht Oh, da ist ja noch einer Der ist ja eingebuddelt Komm raus Na Hier vorne Der ist abgehauen Okay Wenn er abhauen will Äh, ich wollte ja zu Ding gehen hier und so Wie hieß der Junge? Ähm Ne, die sind ein Elfen da Der dort oben auf diesem Turm hockt Hoch Da ist nichts Okay Ihh, Hilfe Der hat mich trotzdem getroffen Willst du mich veräppeln? Wo bin ich denn hier gelandet? Ähm Hallo? Geralt Würdest du? Danke So Wir sind Wir müssen wohl in der Nähe Vom Ding sein hier Ne, von diesem einen Was war das? Ein Ork oder so Ein Orga Irgendwie sowas Der die Brücke beschützen soll Äh Hier ist nichts, oder? Wisst ihr was? Schön hier Naja Ich nehm's zurück Ich kann mir die Leichen nicht angucken Geralt wundert sich gar nicht, dass sie irgendwie Menschen hängen Sind Menschen oder Zwer- äh Elfen? Äh, sieht aus wie ein Elf Von den Ohren her Die ich gerade noch so erkennen konnte Sind es eindeutig Elfen Wer bist du? Junge Pass auf Minimaler Schaden verursacht Okay Oh Pilze Naja, krieg ich's nicht Wenn ich jetzt Naja Nichts interessantes Da hätten wir's ein Haus Mit Banditen Ja Stirb Boah, da ist ja noch einer Ich bin kein Anderling Aua Junge Hallo Junge Ich geb da Ein Held In ein Gesicht Hoch Oh Bist du behindert? So Leck dich hin Wenn ich jetzt Oh Ähm Scheiße Falle entschärfen Boah, sind sie viel fallen Mitnehmen Kann ich sie auch mitnehmen? Nee Entschärfen Nicht reintreten Vorsicht Mitnehmen Mitnehmen Ich nehme einfach jede Falle mit hier Mitnehmen Kostenlose Fallen ist doch super Ist doch schon zu, was mach ich da Oh Gott Dann halt nicht mitnehmen Muss hier nicht Speichern Ich fände ein Schlüssel erforderlich Jetzt muss ich hier ein Leichen plündern Da ist nichts Habt ihr nichts dabei? Hallo? Da Ein Tuch Toll Kein Schlüssel oder sowas Lumpen Nee Nein, das ist was Äh Kein Schlüssel, aber Nee Hier ist nichts Hier vielleicht Nee Keine Schlüssel Okay Relativ leise hier gerade ohne Musik Immer noch kein Schlüssel Mein Mann, 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 Mann Wo kriege ich jetzt einen Schlüssel her? Hallo? Hier alt? Danke Na, was war das? Pilze Das sind die Pilze, die ich später rauchen kann, ne? Kinderpilze nicht rauchen Na, das ist ungesund Habe ich mir sagen lassen Also, äh, soll wohl so sein Ich weiß es selber nicht Aber es soll ungesund sein, deswegen mache ich es nicht Ja, äh, und weiter Äh, sieht aus wie tiefes Wasser hier Ja, ist auch tief Ich bin eigentlich von meinem Weg abgekommen Ich wollte ja zu diesem Typen Oh Was macht er so weit draußen? Der Mann Die Wache Genau genommen Diese Geräusche, ne? Dieses Grillenzirpen Dieses Froschquaken Und weiß weiß ich was Das macht schon ein Kirre Oh, schwebendes Gras Geil Ich wollte schon immer mal schwebendes Gras haben Hier ist nichts Äh Achso, da sind Okay, okay, wir sind hier richtig Da hängen die Leute Hier geht's hoch Was ist das? Huh War das wieder Pilze oder? Nee Wolfsbahn Aha Der Froschlärm wird leiser Naja, jetzt Aber da führt man einen Fluss Leer Fluss Äh, da hinten war es, ne? Na, beide weg Weg da So, jetzt speichern nochmal Denn wenn ich zurück Direkt zu ihm hingehe Dann, äh, werde ich irgendwie Muss ich ihn töten oder so Nicht Was gibt es nicht? Übergang Gibt nicht Nur mit Schnapps Warum sollte ich dir was bezahlen? Brücke Main Das ist eine Ruine, keine Brücke Du bekommst nichts Aber du Auf die Nase Mist Ich lad mal neu Denn wir sollen ihn ja nicht töten Und ich wollte halt nur testen, äh, wie ich so mit ihm reden kann Und ich hab bemerkt, gar nicht So, ich versuch's nochmal Vielleicht funktioniert die andere Option Ja, ja, was geht nicht Ja, Übergang Kein Schnaps Kein Durchgang Der greift dann so oder so an Finde ich super Ähm, Junge Danke So Hihi, sorry Dann halt kein Übergang Ich will sowieso nicht durch Ich kann auch so drüber, aber Der versteht's eben nicht Kann ich eigentlich Jo, wieder hoch? Von hier komm ich doch, oder? Äh Komm ich nicht von hier? Mist Von wo komm ich denn, verdammt? Äh Wieder tiefes Wasser Ich komm hier nicht vorbei Ach, hier hoch, siehste Siehste Ich wusste doch Ich wusste doch Oh Oh Ey Diese Fallen, ne? Äh Komm Nehm ich einfach mit Weil er Geld dabei hat So Was ist das? Ne Falle, oder? Ne, Pilze Hier Falle oder Pilze? Falle So Zurück zum Weg Naja Wow Ich hab keinen Bock auf euch Meine Nadie Ich hab andere Probleme Einfach abgehauen, gnadenlos Wow Erfolgen die mich, oder was? Wieso? Läuft die Musik noch? Schön hier Ist wirklich schön Also Ist wirklich kein Vergleich Zum ersten Teil Und das sag ich irgendwie Jedes Mal und zieh sozusagen Ein Vergleich damit Oh man Ich frag mich was hier oben ist Und hab so Achso Das war so ein Ladeding Da geht's nicht weiter Oh Speichern Was seh ich denn da? Hallo Sag was dazu Junge Mitten im Nirgendwo Siehst du halt sowas Und dann sagst du nichts Oh Hier ist ne Hülle Ich geh da gleich rein Ich sag ja Alle Zeit der Welt Und ich hab übrigens Keinen Plan Wie lange ich aufnehme Denn mein Handy Akku ist gerade Irgendlang gegangen Und das heißt Dass ich kein Keine Stoppohr hab Und Stoppohr heißt Keine Stoppohr heißt dann Ich dachte es wird Orange Ist doch Orange Siehste Und keine Stoppohr heißt Ich hab keinen Plan Wie lange diese Folge geht Deswegen muss ich das Wieder am Schluss schneiden Yay Hier ist wirklich nichts Okay Ard Aber das war im ersten Teil Anders geschrieben Ne Oh Wow Ähm Wie komm ich da runter? Hallo? Guck mal Da hinten ist ne Kiste Gerald Wie komm ich da runter? Ich hab jetzt Willst du mich verarschen? Komm ich da jetzt wirklich nicht runter? Nochmal testen Oder ob es an meiner Dummheit liegt Ne Ich komm da wirklich nicht runter Regen Regenwetter Achso Es regnet Man sollte den Ort Vielleicht kennen Für Leute Die sich gerne Äh The Witcher Szenen In Youtube angucken Sollten wissen Was das ist Für ein Ort Naja Weiter Im Text Hopp So Ich weiß nix Hopp Aber das wird auch Bei uns hier Auch Hoffentlich mal passieren Oh Gott Ich sollte weiterlaufen Und nicht so viel reden Naja gut Das wäre irgendwie merkwürdig In dem Let's Play Weniger zu reden Dann wäre es ein Gameplay Aber Ich mach ja Let's Plays Deswegen Lauf ich in eine Falle rein Genau Ne Deswegen Wer ist ja total schwachsinnig Oh Skoyote Was macht ihr hier Ich weiß gar nicht Gegen wen ich jetzt kämpfen soll Zack Und Angriff von hinten Aua Ja Gerald will einfach nicht springen War's das Habt ihr nichts getroppt Sag mal Doch Hier Warum ist alles so grau In dieser Höhle war ich Ja genau Von hier komme ich sogar Stimmt 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 Also bin ich einmal im Kreis gelaufen Toll Wieso siehst du wieder dein Schwert Gerald Gerald Dein Schwert Warum Sag mal Was Zur Achso Ich dachte da sitzt einer auf so im Vieh Oder so Naja Wir sollen so ein Schwarzding finden Schwarzgurt Weiß weiß ich was Irgendwie sowas Ich merke mir doch sowas nicht Na toll noch so ein Vieh Kein Bock auf dich Kein Bock auf dich Wir müssen ja nicht gegen alles und jeden kämpfen Oh Öffnet das Tor Öffnet das Tor Naja dann halt nicht Aua Bin ich in eine Falle reingedrehten Oder was war das Fallenschaden Achso Wieso hat er gegen die Viecher eigentlich sein Ding Scherz gezogen Ich weiß gar nicht Naja öffnet das Tor Ne ich muss ja außen rum Stimmt ja Siehs hab ich wieder vergessen Mann 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 Ich bin so vergessen Nicht gerade Oh schön Können wir nicht rennen oder sowas Geht das nicht Ne Dann halt nicht Denn er ist noch ein bisschen zu langsam Ich wünschte man könnte rennen Schnell rennen sozusagen Wir laufen ja gerade nur Ähm Ich hab ja damals den Unterschied zwischen Rennen und Laufen nie verstanden Entweder wollte ich es nie verstehen oder ich hab es nie verstanden Eins von beiden Ja Warum muss ich jedes Mal eigentlich mein Medaillon aktivieren Äh Nur damit ich die Fallen finde Weißt du Ich kann auch einfach reinrennen Ach da ist er Da ist er ja Ja da ist er Ja da ist er Ist er auch zu Hause Seht mal Oh Zeichen Oh Wunder Ah Tag Hat jemand was gesagt Oder war das ein Furz Tag Nee Komm der Witz ist alt Am Anfang war es lustig Aber jetzt Haben wir es verstanden Alles klar Dingsbiberich Achso Höchst interessant Deine Aussage mein Freund Höchst interessant Welchen Greis Den alten Greis Oder Bist du hier alter Mann Habt ihr Arbeit für einen Hexer Sogar für drei von eurer Sorte Wir sind aber arme Leute Wir werden uns schon einig Geht besser zum Markt in Flotsam Am Wirtshaus findet ihr eine Tafel mit Aufträgen Aber lasst den Troll in Frieden Egal was euch die Leute erzählen Du willst also den Troll nicht loswerden? Wer kümmert sich um die Brücke, wenn nicht er? Stell jemand anders ein Weißt du, was ein Handwerker kostet? Der dämliche Troll tut seine miese Arbeit für eine lächerliche Maut Die Brücke ist kaputt und der Troll fällt über die Leute her Tja, er ist zum Säufer geworden Das ist das Problem Wenn du es schaffen könntest, dass er den Alkohol lässt Ich bin ein Hexer, keine Arme Ich bezahle dich gut Wie gut? 100 Urins 200 Du bist ganz schön teuer Was soll's Es dürfen ruhig alle wissen Wie sehr mir das Wohl des Dorfes am Herzen liegt Ich wollte eigentlich So halbwegs, mein Sohn Was verschlägt dich nach Bindegarn? Die Königsmörder Ja, ja Ich habe sogar Volltests überlebt Jetzt überlebe ich noch Laredo Und dann hält mich hier nichts mehr Oh Gott Die Oma Die hat auch, glaube ich, genug vom Leben Die will nicht mehr Die hat keinen Bock mehr Aber wo ist der Mann? Ist er oben? Ist er unten? Der ist nicht oben, so wie es aussieht Also muss er unten sein Aber wo unten ist halt die Frage Wo ist dieser Mann? Er legte Seine Sein Finger Vorsichtig Auf ihre vollen Lippen Und sagte Psst Du musst jetzt nichts sagen Sie sagte Wer kennt das? Als ich das gehört habe Ich habe so Mir, keine Ahnung Drei, vier Esst abgelacht Ich habe es im Kreuz Würdest du mal aufhören zu schnarchen? Hallo? Keine Ahnung Mein Gott, dann penne ich hier auch So Nein, kein Tränk Nein Zurück Geralt Hallo B Jetzt bin ich zu weit zurück Ach, erinnert mich doch So Äh Charakterstufe habe ich nicht Mist So Zeit abwarten Bis zum Morgengrauen Bis zur Abenddämmerung Bis zum Mittag Nachmittag Morgendämmerung Abenddämmerung Nachts Passt So Morgen stehen die Menschen auf Morgen stehe ich auch auf Aufwachen Hallo, willst du mich verarschen? Das ist ja wirklich dann noch raus hier Vielleicht ist ja der Typ da oben Den ich gerade nicht sehe Hallo Kinder Oh Da entfacht einer das Feuer Die Angeln Vor sich hin Da hinten ist ein Wachposten Da war der Armdrückmann Fläche hinten ist ja jemand Ich suche ja diesen Diesen Einen Elfen Mein Medaillon vibriert Hallo Äh Frau Ähm Habe ich mit Magie Nichts am Hut Du siehst nicht aus wie jemand Der einen Zauber oder Fluch braucht Dich treibt entweder die Abenteuerlust hierher Oder du bist ein Hexenjäger In beiden Fällen Ich habe weder vor dich zu verraten Noch habe ich den Wunsch Dich nackt vor Vejopathis Altar tanzen zu sehen Frechheit Ich möchte Kräuter kaufen Och Kräuter? Für den Eigenbedarf Äh Was hast denn du? Erzähl mal Oder zeig mal Erzähl mal was du hast Äh Da jetzt Kräuter Ganz ehrlich Habe ich doch alle selber Mäh Komm Mädel Du bist so langweilig Alles was du hast Hab ich dreimal Adieu Okay die sagten sonst nichts Da oben hängt ne Rabe Okay Also sie ist keine Hexe Aber hat voll viele Kräuter Und da ist ne Rabe Und hier leuchtet was Ach da Auf Wiedersehen Auf einmal geklaut Uch sorry Ja tschüss Tschüss Ja ja Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor Muss ich ehrlich zugeben Aber ich weiß nicht woher Naja Huch Mir ist das Spiel wieder abgeschmiert Yay 30 Minuten Passt auch Errungenschaft freigeschaltet Vorzüglicher Trank Achso Naja dann beende ich mal die Folge Weil es schon langsam Zeit ist Naja Also die Folge zu beenden Deswegen mache ich das jetzt auch Es hat auch keinen anderen Grund jetzt Naja dann sehen wir uns in der nächsten Folge Ich wünsche euch viel Spaß Und tschüss Ich wünsche euch viel Spaß